Kreislaufprobleme. Das fangt ja gut an, die Woche. Glaubst gar nicht, wie dankbar ich mir dafür bin, dass ich der Beste bin. Sorry, konnte ich mich nicht verkneifen. Falscher Griss. Falsches Format, sorry. Ich darf leider nicht zu ihm, aber er schläft wohl. Und sonst zu? Passt. Erik, weißt du was? Du bist in den letzten Monaten sowas von ehrlich geworden. Du hast eine 180-Grad-Wende gemacht. Ich mach mir hier noch zwei Löcher rein. Der ist super. Der ist super, sollte ich sagen. Meier, dein Hauptschirm. Oh Gott. Liebe Grüße von Mama. Danke! Entschuldigung, aber dass es ein Erdbeben geben und wir beide von der Höhle, von der, dass wir da... Was wollen sie denn sagen? Das wird mein Schwager, you know. Was war das denn jetzt? Jetzt hat Werner Seilfeld einen Schritt auf dich zugemacht und jetzt liegt es an dir, was daraus wird. Es liegt an dir. Echt so? Ich hab' den Fügelarmen. Ahhhh. Erdbeben. Ich hab' den Fügelarmen. Vielen Dank.